Das sind Anna und Max. Beide haben Stress im Job und im Alltag und somit wenig Zeit. Sie sind ziemlich unausgeglichen und fühlen sich in ihren Körpern nicht wohl. Beide verspüren nur wenig Lebensqualität und sind unglücklich mit sich und ihrem Körper. Vor kurzem hat Max von dem neuen Trainingsprogramm bei Easy Fitness erfahren. Das ist genau das Richtige für Anna und Max. Beide melden sich in ihrem Easy Fitness Club in ihrer Nähe an. Easy Fitness bietet Max und Anna die neue Art des Trainings. Fit in nur 22 Minuten pro Woche. Beide trainieren nun seit einigen Wochen einmal die Woche 22 Minuten im neuen Fit22 Trainingsprogramm in ihrem Easy Fitness Club. Beide sind nun stressfreier, ausgeglichener, haben mehr Lebensqualität, fühlen sich in ihrem Körper wohl, sind fit und gesund und haben die Zeit effektiv genutzt. Fit22 bietet dir ein komplettes Training mit hohem Kalorienverbrauch, Kraft-Ausdauertraining, Rückentraining und Ganzkörper-Workout in einem, das gelenkschonend und altersunabhängig ist. In nur 22 Minuten. Fit22 Schlaues Training Effektives Ganzkörper-Workout Garantierte Ergebnisse Für mehr Lebensqualität, zeitsparend Fit in 22 Minuten.